Die römische Zeit und die byzantinische Zeit war Caesarea die Hauptstadt von dieses Land, die Verwaltungshauptstadt. Und hier lebten reiche Leute. Da sind wir in die Ausgabung von einer Villa, von einem reichen Römer, wo er genießte auch der Blick zum Meer über die Sanddünen. Die Sanddünen im Laufe der Jahrhunderte haben bedeckt, die Häuser sind zerstört worden, aber der Fußboden ist geblieben und da sehen wir der herrliche Fußboden verschmuckt vom Hof von so einer Villa. Die Zimmer waren um den Hof. Im Fußboden sind dargestellt verschiedene Vögel und am Rahmen verschiedene Tiere. So wird es genannt der Mosaik von den Vögeln. Kirsche, Wulfe, wilde Schweine. Wenn ich mich nicht irre, es soll hier auch irgendwo irgendwo ein Elefant geben. Hier gilt das Durchblueben, wo wirst du ja auch dort. Sie ist dort irgendwo wo du jetzt Mutta. So ist deine том, was ich geil selber anb�� so ist das Zusehen, wenn ich... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.